Hallo und herzlich willkommen zurück zur 29. Folge Unsere Splays zu Mass Effect 2 In der letzten Folge haben wir mit Ria Telo geredet die ihr relativ wenig über den Arc Angel wusste und uns dann bei den Blue Suns rekrutieren lassen um Arc Angel zu besiegen Wir sollen jetzt noch mit dem Kommandant reden Ich glaube wir gehen mit den Marken Die heavy mechs und gunship besitzt considrable Feuerpower Sie bekommen sie bevor sie zu verlassen wird Ihre Chancen Da kann man doch grad noch irgendwas aussehen Ah das war in die Tür Was war jetzt mal anders? Ja auf jeden Fall zu einem Typ der hier die ganze Zeit die Kämpfe geleitet hat Kann man es mir sehen Ich weiß gar nicht mehr wie er heißt Tarek 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 Ich bekomme nichts von den Freelancern Wenn sie verlieren wir müssen Die Lichter die nächste gehen zuerst Das ist nicht genug wir senden in die heavy Be prepared Hallo? Wer sind sie? Ich bin Jareth, ich stehe Omega's Eclipse. Was brauchst du für Freelancen? Also die Infiltration-Team ist der Hauptfokus des Attacken. Tarek's Plan ist nicht mein. Er will nicht mehr Menschen verlieren, also er schützt euch Freelancern auf das Problem. Archangel ist nicht irgendwo, also ich denke, es gibt keinen Fehler im versuchen. Wer weiß, vielleicht wird du Glück. Ähm... Eclipse. Warum ist Eclipse auf Omega in den ersten Platz? Seitdem du so sehr interessiert, Eclipse kontrolliert fast 20% Omega. Unsere Transporte und Mechs halten die EZO auf dem Weg. Sieht sehr organisiert. Eclipse läuft wie eine Welle-Oil-Maschine, aber Omega ist alles aber organisiert. Es ist eine konstante Kampf für Kontrolle. Dann kommt Archangel und kompliziert die Dinge noch mehr. Warum gibt Archangel so viele Probleme? Frag ihn. Ich bin nur hier, um so viel Geld zu machen, wie ich kann. Wir sind nicht gekommen, um Omega zu kommen, um die Regeln und Regeln zu kommen. Er wird niemals zurückkommen, um Omega zu kommen. Ich versuche es dir. Ich versuche es dir. Er hat einen meiner Transporte in den letzten Wochenende, hat zwei meiner besten Operativen. Einer war mein Bruder. Also, ja. Es ist ziemlich persönlich. Er ist ein Archangel. Er ist ein Archangel. Er hat seine Lebensaufgabe. Ist das alles? Keine Ahnung weiß nichts über ihn. Schau mal, du wirst du wissen. Er ist smart, er ist resourceful und gefährlich. Aber wir haben ihn in Ordnung, er wird nicht mehr machen von uns. Kann ich dir weiterfüllen? Wer ist er? Wer ist er? Auch sein Team wusste das nicht. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir sein Körper haben. Natürlich. Dann wirst du es wirklich nicht interessieren. Okay. Gute Idee. Gut. Nachricht an Tarak. Ich habe mit Garm gesprochen und er und seine Männer sind dabei. Sollte die Operation erfolgreich sein, können wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen. Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir das erreichen und unseres nächsten Ziels nicht genug Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass unsere kleine Organisation ohne die Unterstützung der anderen gegen Aria eine Chance hat. Das muss man natürlich verhindern, denn wir mögen Aria. So. Und die lagen über E-Zero schmuggeln. Ohja, checken wir mal. Pff. Ich häng schon auf dem richtigen Feld. Nee, nee, nee. Stopp. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 5. 6. 4. 7. 7. 8. 8. 9. Gehen wir mal mit Garm. Wer sind sie? Angriffspan! Der Verdammt Tarek will uns warten. Ich liebe warten. Aber er sagt, die Sonnen haben einen Plan. Und sie wollen uns nicht in den Weg. Ah. Wir sollten warten bis die Eclipse und ihre Mechs. Wir sehen uns. Warum sind die Blutpack auf Omega? Wir sind die Muscle auf dieser Station blöde. Du brauchst Schutz oder willst jemanden entfernt? Talk mit uns. Die Blutpack sind überall auf Omega. Für ein Archangel. Ich denke, Archangel hat nur einen Hörger. Er ist nur ein Hörger. Ich weiß nicht, was er denkt. Aber er kostet mich Menschen. Und macht mich arbeiten für meine Geld. Ich werde ihn heute auswählen. Hey, du schaust. Ich bin der einzige, der ihn ein-on-on-one hat. Archangel. Er ist ein Schmerz in den Arsch. Er ist ein Turian. Das macht ihn etwas schlimmer zu sehen als du. Und er ist wunderschön. Bis er erkennt, dass du mehr als er für dich verabschiedet hast. Es klingt, wie du eine persönliche Erfahrung hast. Er versucht mich zu runter. Wartet, bis ich allein war. Don. Der längste verdammte Kampf in meinem Leben. Aber ich habe ihn weggebracht, bis mein Mann kam. Er war nicht so schwer nach dem Zeitpunkt. Wir haben ihn über eine halbe Stunde von Omega. Wir haben ihn fast gehabt. Auf Wiedersehen. Ich sollte losgehen. Wir haben die Zeit. So, haben wir da noch was? Nein. Dann weiter. Oh, mein Gott. Von da kommen wir ja. Wo? Schützgeldkonten. Ja, cool. Ich muss mir noch mal machen. Öh! Ist es verschwunden? Ach egal. Jetzt haben wir wahrscheinlich Geld verloren. Na, muss ich mir ummachen. Dann habe ich mich halt eh mal verspielt. Und gehen. Tja. Z. Z. Wall Rack. Da müssen wir noch hin. Das ist ja der Oberchef der Deppen. Das ist ein Schütze. Erinnert mich an ein Spiel, das Freelancer heißt. Ein sehr gutes Spiel. Ich habe nur ein paar Fragen über die Operation. Ich habe nur ein paar Fragen über die Operation. Geh diese Scheibe aus meinem Gesicht. Hier. Die nächste Waffe wird bald. Wollt ihr nicht draußen bereit sein? Was ist das Problem? Er ist kein großer Fan von deinen Freelancern. Er glaubt nicht die Leute, die er nicht weiß. Er liebt, dass er die Ausländer in bringen. Was willst du wissen? Was wird Tarek tun, wenn das Team der Infiltration nicht verliert? Zu Beginn wird er alle Freelancern, die immer noch lebend sind. Nachdem er wird Eclipse und der Blutpack nehmen. Ich empfiegelte, dass wir zusammenarbeiten. Aber er glaubt nicht auf die anderen Gruppen. Wenn Archangel überrascht all die Anfragen, dann sind deine Freunde auf deinem Leben. Das ist weshalb Tarek will, dass diese Schütze nicht so schlecht ist. Aber es kommt nicht darauf hin. Archangel ist gut, aber er kann nicht so lange halten. Er hat bereits in da einen Tag. Er hat bereits in da einen Tag. Was sind die Blutsunnen auf Omega tun? Wir verabschieden uns für viele Gruppen und Faktionen hier. Gut? Weapons, Mechs, Maschinerie, alles, wir können es. Wir haben auch unsere Verhältnisse zwischen Faktionen. Du wirst nicht wissen, wie sie ihn jetzt sehen. Aber Tarek kann auch ein Negotiator sein. Wie hat Archangel gett die Blutsunnen so verrückt? Er verabschiedet uns und verabschiedet uns immer. Wir freuen uns, dass jedes Job jetzt eine Verabschiedung ist. Wird er wissen, wo diese Gemeinde ist? Wird dieses Schütze plötzlich verabschieden? Wie viele Männer werden wir diese Zeit verlieren? Tarek hat genug. Ich habe ihn nicht verabschiedet. Was hast du gemacht, Archangel? Er ist ein Tarek-Vigilante, der, die Murks zu töten ist ein lustiger Weg, um die Zeit zu verabschieden. Außerdem ist er ein Mysterium. Er kommt, meistens am schlimmsten Zeitpunkt, und mit unserer Arbeit verabschiedet. Er kann schnell genug sterben, wenn du mich fragst. Warum hast du ihn so viel? Er nach Tarek. Zu seinem Haus. Er hat ihn fast getroffen. Tarek ist seitdem schon seitdem, und er mein Leben eine lebende Hölle macht. Der zweite Gäste ist, was ich mache. Der andere Murk-Band zu helfen, zeigt dir, wie er ist. Da muss ich jetzt mal gehen. Sehr gut. Sicher, dass du mit Kafka in den Bezug aufschieden. Wie könnte er kein Erkrankungsverfahren haben? Ich beobachte für Sargent Kafka. Du und mich beide, Junge. Er ist da, auf der Gäste. Komm über die Brille, wo er die Sorge bekommt. Wir sprechen über ihn, wenn du willst, aber ich bin in keinem Gefahr. Ich bin gleich zurück. Gute Glück. ähm, kaputt noch. Gut, hallo. Ich bin hier. Jäger. Scheiß Raucher. Haben sie alle von Menschen? Besonders, sie ist nicht ziemlich bereit. Der wunderschöne Archangel gab ihr eine Bedingung, die letzte Zeit, als sie da war. Ein paar mehr Tweaks. Sie wird so gut wie neu. Ich bin in der Infiltrationgruppe. Unsere Team koordiniert mit dem Schiff. Ich stehe zurück, um die Freelancers zu organisieren und sicher, dass der Schiff bereit ist, wenn wir sie brauchen. Wie sieht der Angestplan aus? Ich versuche nicht zu schnell zu getötet. Du bist so schnell. Du bist nur eine Distraktion, solange du bist. Du musst es nicht all den Weg durchführen. Hör einfach den Archangel auf den Brücken. Der Infiltration-Team wird das Rest machen. Wie kann der Infiltration-Team den Archangel bekommen? Sie haben zwei Optionen. Sie schrauben ihn in knappen Körnern und schlagen den Schiff aus. Wenn das nicht funktioniert, haben sie Explosiven. Sie brauchen nur Zeit, um es zu setzen. Und was ist mit der Brücke? Also die Brücke ist der einzige Weg in? Bis die Schiffschiffe wieder arbeiten, werden die Blaster mit den Tunneln geschlossen. Schau, wir haben einen Plan. Wir brauchen nicht von dir, zu versuchen, mit irgendwelchen großen Ideen zu kommen. Hör einfach deinen verdammten Job. Veröffentliche deine Kredite. Nein, 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 nein. Veröffentliche deine Kredite. Bravo-Team! Go, 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 go! Archangel hat eine große Herausforderung, wartet auf ihn. Aber das bedeutet, dass ich nicht mehr wartet auf mich. Ich muss sie bis zu 100 Prozent, bevor Terek entscheidet, dass er wieder braucht. Nein, nichts Böses machen. Archangel ist in Trouble. Nicht viel Zeit. Na, lass uns nicht zu lange warten. Komm, wir geben diesen Leuten eine Überraschung von unserem eigenen. Geht um den Kampf. Öffnet Feuer! So gut ist er ja nicht. Hey! Ich bin der Archangel! Ist ja nicht ganz easy, ne? Aber, wir müssen die Folge hier mal kurz beenden. Sie könnte nämlich noch ein bisschen länger gehen. Äh, da werde ich gleich noch mal eine Folge aufnehmen müssen, weil das zeitlich sonst nicht geht. Also, das war die 29. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect 2. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Live Mega, Over and Out.